Ich war mit meiner Mama einkaufen und wir waren auch für meine Schwester einkaufen und wir haben insgesamt, ich glaube, zusammen ungefähr 200 Euro ausgegeben. Das ist ganz schön viel Geld. Wenn ihr sehen wollt, was wir alles eingekauft haben, zu dritt quasi, dann seid gerne dran. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen DM-Haul. Ich war mit meiner Mama einkaufen und wir waren auch für meine Schwester einkaufen und wir haben insgesamt, ich glaube, zusammen ungefähr 200 Euro ausgegeben. Das ist ganz schön viel Geld. Aber wie gesagt, drei Haushalte und ja, ich fange natürlich mit dem für mich Interessantesten an und zwar mit Make-up. Genau, ich zeige euch zuerst, was ich gekauft habe und dann, was meine Mutter gekauft hat, beziehungsweise es ist immer so ein bisschen durcheinander. Ich habe es aber ein bisschen kategorisiert. Ich sage aber dazu, von wem was ist. So, das erste Stück ist von Judith Williams. Ich habe ja letztens davon den Concealer mitgenommen und finde den echt nicht schlecht, muss ich echt sagen. So, und ja, das hat mich natürlich neugierig gemacht und deswegen habe ich mir hier jetzt nochmal die Foundation geholt. Die war da auf meinem Handrücken angewendet. Auf jeden Fall ziemlich nett. Sie ist relativ hell, deswegen muss ich nochmal gucken. Das ist ja immer so ein Kritikpunkt bei der Marke, dass sie nicht so viele Farbnuancen haben. Ich denke, das ist denen einfach finanziell nicht möglich oder einfach, sie wollen erst mal gucken, wie sie überhaupt ankommt und dann, naja, wahrscheinlich ist es ihnen schon finanziell möglich. Ich glaube, die gute Dame hat gut ausgesorgt, wie auch immer. Ja, das ist jedenfalls das Anti-Aging-Make-Up-Foundation, wie auch immer, Lifting-Komplex, mittlere Deckkraft, kaschiert Falten, Anti-Aging-Effekt. Und das ist jetzt die Nummer 01 Light, was mir vermutlich zu hell sein wird, aber ich wollte das einfach mal ausprobieren, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass bei der Marke tatsächlich, auch wenn es nur wenig Farbnuancen gibt, sich das dann doch relativ gut anpasst. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das in meinem Gesicht dann arbeitet. Ich bin super gespannt. Ja, und ja, dann gab es noch zwei andere Reihen von neuen Concealern und Make-Up. Und ich fand letztes Mal schon, aber ich wollte halt nicht beide mitnehmen, weil zu teuer und so. Das Make-Up hat jetzt, glaube ich, auch 9,95 gekostet und der hier kostet 7,95 und auch der andere Concealer. Genau, das ist der By Dark Circles Concealer. Da gab es noch einen, der sehr, sehr, sehr hochdeckend war. Den hatte meine Mutter auf dem Handrücken ausprobiert und das war, ich habe dem einfach nicht vertraut. Vielleicht funktioniert der gut, aber der war so hochdeckend, dass ich das Gefühl hatte, der kann gar nicht irgendwie schön auf etwas reiferer Haut sitzen. Und ich habe das bei den Augen einfach auch, dass da kaum was sitzen bleibt. Das habe ich euch ja schon ein paar Mal erzählt. Nun gut, hier ist jedenfalls By Dark Circles Concealer mit Hyaluron. Ein natürlicher Look, Weichzeichner und Aufhellend. Und bei dem anderen, ich habe den jetzt hier gerade nicht liegen, aber da war halt auch so ein Weichzeichner-Effekt. So ein bisschen wie Mini-Bügeleffekt. Also der Concealer ist jetzt nicht die Lösung für alle, die das gleiche Problem haben wie ich. Aber er arbeitet für einen Concealer doch ziemlich gut, muss ich sagen. Und wenn ich da noch den richtigen Primer drunter gebe, ich benutze da am liebsten den NYX Marshmallow Primer oder im Moment tatsächlich auch den Aura, den Angel Aura von Nabla. Ja, leider ziemlich, ziemlich teuer. Ich dachte auch nicht, dass das einen Unterschied macht. Ich hatte den aber in so einer Pride-Box drin von Maxim und ja, das hätte ich mir irgendwann wahrscheinlich schon gekauft. Aber das ist einfach teuer, 30 Euro für einen Primer, das ist mir eigentlich auch zu viel. Aber der ist echt schön. So, ja, jedenfalls habe ich den hier und ich bin sehr gespannt, wie der sein wird. Und wenn ich das irgendwie hinkriege, mache ich euch noch eine DM-Review und dann werden wir das zusammen ausprobieren. Hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich. So, ich nehme hier gleich mal direkt einfach das kleine Kistchen. Wie gesagt, ich habe so ein bisschen vorsortiert. Was ich mir auch noch mitgenommen habe, ich habe die eigentlich schon da und ich trottel, habe nicht aufgepasst. Die werde ich wieder zurückbringen. Okay, ich habe jetzt einfach nicht aufgepasst. Oh man, das ist von Catrice die HD Liquid Coverage Foundation oder HD Coverage Foundation. Ja, jedenfalls habe ich die schon zweimal zu Hause und finde die halt echt gut. Und die hatten die ja vor nicht allzu langer Zeit erst überarbeitet. Und jetzt war das einfach mit, ich glaube mit Niacinamiden oder so war es eigentlich. Und ich habe noch gedacht, du musst aufpassen, dass du dir die neue mal mitnimmst, weil die haben alle gesagt, dass die noch viel besser eben arbeitet. Und ich benutze die ja dann eben, wie gesagt, meistens im Augenbereich. Und ich wollte so gerne die andere ausprobieren. Ich habe jetzt hier aber eine von den alten erwischt und das ärgert mich gerade extrem. Also die muss ich leider wieder hinbringen, aber ich habe sie ja noch nicht benutzt. Von daher ist nicht so schlimm. Hoffe ich zumindest. So, ja, das ärgert mich gerade ein bisschen. Nun gut, dann habe ich den hier mitgenommen. Und zwar für meine Mama, die war ja mit. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, ich kaufe hier einfach ganz gerne mal dann Kleinigkeiten, wenn sie schon mit mir mitkommt. Und den hier, den feiere ich im Moment ja total. Den hatte ich euch auch in meinen letzten Monatsfavoriten gezeigt. Das ist von Essence, der Glow Glow Go Instant Highlighter. Der ist ja so, der ist eben, ja ein Liquid Highlighter, genau. Und ich hatte den gestern auch drauf und sie mochte den auch ganz gerne. Habe ich ihn heute auch drauf, ich glaube, aber man sieht ihn gerade nicht mehr so gut. Jedenfalls habe ich gesagt, sie muss den unbedingt haben. Und deswegen habe ich den einmal für sie mitgenommen. Und was ich mir auch noch mitgenommen habe, ich hatte ja letztens, und das werde ich auch mit euch jetzt hier noch mal dann in der Review testen quasi. Hier ist L'Oreal Age Perfect Blush Satin Rouge. Und den habe ich mir ja letztens schon in einer anderen Farbe mitgenommen. Und man muss sagen, ich ermerke tatsächlich einen Unterschied von den Produkten für Age Haut und für nicht Age Haut quasi. Ja, und deswegen wollte ich mir hier unbedingt nochmal die Farbe Peach mitnehmen. 110. Und ja, bin ich jetzt sehr happy, dass ich es mitgenommen habe. Ich muss noch dazu sagen, ich habe unfassbar viele Payback-Punkte da schon wieder rausgeschleppt. Ich hatte siebenfach Punkte. Ich hatte, was hatte ich denn noch alles möglich? Ich glaube, 40-fach oder irgendeine Zahl. Also irgendwie total viele Punkte, jedenfalls auf Make-Up und dann auch noch Baby-Artikel. Habe ich gleich auch noch eine ganze Menge. Und ja, jedenfalls habe ich auch noch ordentlich Payback-Punkte. Ich glaube, für 18,50 Euro habe ich Payback-Punkte bekommen. Richtig, richtig cool. So, dann haben wir hier gesehen, dass Trended Up, die überarbeiten ja gerade so ein bisschen ihre Nagellack-Sammlung, wollte ich gerade sagen. Aber es ist eher ein Sortiment, ne? Und dann habe ich gesehen, und ich weiß nicht, ob das wirklich so gemeint ist. Da müsste ich nochmal lesen. Jedenfalls hatten die da jetzt eine Reihe, nicht ganz so viele Farben, aber ein paar immerhin. Und das ist so eine UV-Gel-Serie. Ich hoffe, dass das auch wirklich so gemeint ist, weil es gab früher auch immer irgendwie so eine UV-Gel-ähnliche Nagellacke. Die waren dann aber normale Nagellacke und waren nur daran irgendwie so ein bisschen orientiert. Aber man brauchte eigentlich keine UV-Lampe. Ihr wisst ja, ich mache ja hier so ein Neonail-Kram und so weiter und auch andere Marken. Und jetzt wollte ich das hier ganz gerne mal ausprobieren. Habe mir hier diese Farbe mitgenommen, die heißt, und das ist so ein Sheerton, also so ganz leicht aufhellend Rosé. Da steht nur 530 drauf. Auf jeden Fall ist das quasi jetzt Step 2. Da drunter müsst ihr natürlich noch einen Base-Code und einen Top-Code oben drauf geben. Und dann jeweils, ich hoffe halt, das ist auch so gedacht. Ich habe jetzt im Internet nicht gelesen, auf den Flaschen selber steht nichts drauf, wie man das handhaben soll, leider. Naja, und dazu habe ich eben dann noch den Base-Code und den Top-Code mitgenommen. Und ja, ich hoffe, dass das funktioniert. Hier steht jetzt drauf bis zu 12 Tage Halt. Neonail verspricht ja bis zu drei Wochen, wobei das ja dann meistens rauswächst. Aber ja, ich bin gespannt, ob das was ist, weil die waren ganz schön günstig. Und wenn man wenigstens bei ein paar Farben darauf mal zurückgreifen könnte. Oder vielleicht ist ja auch einer von diesen Base- oder Top-Codes total der Kracher. Und man muss dann nur noch das kaufen, wenn es sich dann mit den anderen Sachen vertragen würde. Und am Ende muss ich jetzt sowieso erst mal gucken, ob das überhaupt mit UV-Lampe funktioniert. Oder ob das einfach nur wieder so ein Werbeversprechen ist, dass das so ähnlich halten soll quasi. Das habe ich auch schon oft noch gehabt. So, dann hat meine Mama bei Trended Up noch ein bisschen weiter geguckt. Ich muss sagen, ich gucke da gar nicht irgendwie so oft so gerne und denke immer, ich kenne immer schon alles. Und ja, hier bin ich jetzt auch nicht so ganz so mega gespannt, muss ich sagen. Aber sie hat ihn sich auch einmal mitgenommen. Das ist der Brow Booster Pencil. Und ich habe ihn dann einfach auch mitgenommen. Hier steht halt auch mit natürlichen Fasern bei. Der ist jetzt so ein bisschen vom Talkum so ein bisschen angelaufen. Aber das ist jetzt ein recht dunkler Ton. Es gab noch eine Nuance dunkler und zwei heller. Ich glaube, einmal heller als der hier hat meine Mutter noch mitgenommen. Der ist hier auch schon mal, genau. Das hier ist die Farbe von meiner Mutter, ist die 020. Und ich habe dann die 030. Ja, genau. Also da werden wir dann auch noch mal gucken. Ist so ein bisschen wachsähnlich. Ist jetzt ziemlich rot-braun, wie ich gerade sehe hier meine Farbe. Aber wir werden sehen, wie das ist. Vielleicht ist das auch wieder nur so ein Teil, was ich quasi nach dem Duschen benutze, wenn ich keine Augenbrauen mehr habe. Ja, aber was wir dann auch noch entdeckt haben, das fand ich richtig interessant. Ihr wisst ja hier, Moment, ich zeige euch den mal kurz. Mein allerliebstes Lieblingsprodukt ist ja, für die Augenbrauen habe ich euch schon x-mal erzählt. Es tut mir leid für alle, die das ständig hören müssen von... Von Catrice. Der 72 Stunden Natural Brow Precise Liner. Den benutze ich ja rauf und runter habe ich heute auch wieder drauf. Und jetzt habe ich gesehen, dass Trended Up so etwas Ähnliches hat. Habe ich mir gleich in zwei Farben einmal mitgenommen. Der heißt auch 72 Stunden Brow Tattoo Liquid Liner Wasser- und Wischfest. Ich bin sehr gespannt. Also die werden wir dann auch in dem Live-Dings zusammentesten. Also sie sehen schon sehr ähnlich aus. Das ist auch so eine faserige... Das andere ist so eine Filzstiftspitze und das... Ja, doch das auch. Ich hoffe, das nervt mich ein bisschen bei dem anderen. Der glänzt nämlich ganz schön hier. Und wenn ich meine Augenbrauen so zusammen mache... Das habe ich bei Augenbrauenseife auch. Dann legt sich das hier so voll in Falten. Ich dachte erst, das wäre mein Migräne-Botox. Aber nein, das ist leider das Produkt. So, auf jeden Fall habe ich das in zwei Nuancen mitgenommen. Gefällt mir bis jetzt. Super gut. Ich hoffe, es ist gar nicht, glaube ich, so viel günstiger als das von Catrice. Das ist jetzt nicht unbedingt so interessant. Aber wenn es genau so lange hält und vielleicht nicht so doll glänzt wie das... Man kann das ja auch abpudern, dann glänzt das nicht mehr so doll, ne? Ja, ich werde mal sehen. Die dunklere Farbe hier und das war auch die dunkelste. Da ist die 040 und dann nochmal die 030. Ich bin sehr gespannt. Ich habe ja auch bei diesen Catrice-Dingern manchmal so ein bisschen gemischt, dass ich unten dunkler gemacht habe und oben dann heller geworden bin. Heute habe ich aber nur die hellere Farbe drauf. Ja, das war... Ach nee, hier ist noch was. Aber das hat nichts mit Make-up zu tun. Die habe ich mir nochmal mitgenommen. Das sind so eine ganz normale Schnapper hier, ein bisschen kleiner. Weil manchmal flechte ich mir quasi hier was lang. Und dann muss ich das hier kurz einmal festklippen quasi, um die andere Seite dann auch so zu machen. Und die Klammern, die ich hatte, waren alle zu klein, um dann den Zopf zu halten. Deswegen habe ich die da einmal mitgenommen. Die kam 2,45. Oh Gott, das wird ein richtig, richtig langes Video. Wir haben so viel eingekauft. Ey, das ist so krass. So, meine Mama hat sich auch nochmal ein bisschen Make-up mitgenommen. Hier ist einmal von Trended Up auch. Und sie liebt die Pfeile. Hat sie schon ganz oft aufgebraut und nachgekauft. Das ist die Allround Nail Pfeil von Trended Up. Und die ist halt so ein riesiges Viereck, so ein riesiger Klumpen irgendwie hier. Und ja, hat sie gleich zweimal mitgenommen jedenfalls. Was für die Haare hat sie auch mitgenommen. Make-up ist noch nicht zu Ende. Das sind so Bobby Pins. Aber die sind viel kürzer als die, die man sonst kennt. Das sieht man jetzt in der Kamera vielleicht nicht. Aber die sind eine Ecke kürzer. Und ich wollte mir die auch erst mitnehmen. Aber dann dachte ich, warum müssen wir beide die testen? Vielleicht ist das auch gar nicht genug. Aber für manche Hochsteckfrisuren ist das halt ganz schön, wenn die nicht so groß sind. Genau. Was meine Mama auch noch mitgenommen hat. Da hatte ich nämlich gerade da mit ihr bei Judith Williams geguckt und bei Age Perfect und so weiter. Und dann hat sie sich hier, der ging aus dem Sortiment, meine ich für 395, Judiths SOS Covering Stick. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt für Augenringe gedacht, sondern eher für Unreinheiten und Rötungen und so weiter. Und weil er jetzt einfach runtergesetzt war. Übrigens, ihr müsst bei Judith Williams, das ist total, das sieht man fast gar nicht auf der Preisliste, wenn da Sachen rausgehen. Aber da kann man echt mal hingucken, falls man da dann doch nochmal irgendwie ein Schnäppchen mitnehmen will. Die hatten zum Beispiel auch noch diesen ganz alten Concealer, diesen ersten, den sie mal mit rausgebracht hatte, als die Theke kam. Und ja, den habe ich auch noch zu Hause. Den wollte ich meiner Mama übrigens auch mitgeben, damit sie den mal ausprobiert. So, und was sie auch noch mitgenommen hatte, das habe ich euch schon vor einer Weile gezeigt. Das ist hier aus der Trended Up Limited Edition Malibu Vibes. Einmal der Blush. Total süß. Ich habe den ja auch. Ich habe den noch nicht so oft benutzt, aber der ist sehr schön und den fand sie halt auch ganz schön. Und dann hat sie sich den einmal mitgenommen, genauso wie den Sunkist Bronzer. Und der ist natürlich auch super schön. Genau, darauf haben wir halt überall ordentlich Payback-Punkte bekommen. Kann ich bald wahrscheinlich einen DM-Haul machen, der einfach nur von Payback-Punkten, ich glaube, ich habe fast 100 Euro, der ist dann quasi nur davon finanziert. So, das war es jetzt erstmal mit Make-Up. Weiter geht es gleich mit Körperpflege. Genau, wie gesagt, es geht mit Körperpflege weiter. Da hat sie zweimal, das habe ich mir letztens nämlich auch gekauft als Badezusatz allerdings. Von Palmolive, das Sunset Relax mit Lavendel-Duft-Duschgel. Genau, wie gesagt, ich hatte letztens dieses Badezusatz-Ding, das ist so eine riesige Flasche. Und das gab es früher schon, da war das komplett in lila eingepackt. Auch der Deckel, ich fand das auch ein bisschen hübscher, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Ich dachte nämlich erst, das wäre das gar nicht mehr. Aber das riecht so gut, ne? Ich bin sonst nicht so der Lavendelfreak und das riecht auch nicht so typisch nach Lavendel. Nicht so würzig irgendwie, sondern einfach ganz fein. Und das ist total, ich weiß nicht, ich nehme da total gerne ein Bad drin. Das ist so schön, benutze ich total gerne. Jedenfalls hat meine Mama sich das einmal mitgenommen. Und für meine Schwester hatte sie das auch noch einmal mitgenommen. Da habe ich für meinen Sohn einmal eine Badebombe wieder mitgenommen. Hier von Kneipp Naturkind, Weltraumfahrer, Sprudelbad. Mit galaktischem Duft, okay. Ja, das wird ihm egal sein. Aber ich fand vor allem, dass die halt so aussieht. Es gibt ja Badebomben, die sprudeln nicht so richtig. Die lösen sich so nach und nach auf, aber eher so tot irgendwie. Die bewegen sich nicht wirklich. Und die sieht so aus, als würde sie so richtig schön sprudeln. Und deswegen habe ich die mitgenommen. Ich hoffe, er freut sich drüber. Und genau, dann meine Mama wieder. Die hat dieses Winterduschgel hier entdeckt. Das war jetzt, glaube ich, nicht reduziert, soweit ich das am Regal sehen konnte. Ich habe die, glaube ich, auch noch da hier. Creamy Winter Dream. Sie mochte die total gerne. Hat davon sich drei Flaschen mitgenommen. Wisst ihr mal, woher ich das Bunkern habe? Aber eigentlich gerade sowas habe ich eigentlich eher angefangen zu bunkern. Habe ich sie wahrscheinlich noch angesteckt. Aber das ist ein ganz feiner Duft. So ganz leicht cremig. Also gar nicht so sehr winterlich, finde ich. Eher cremig, finde ich auch super, super schön. Ich werde meine wahrscheinlich bald auch mal rausholen und die benutzen. Früher waren die nämlich immer so sehr, nicht unbedingt Naturkosmetik, aber so ein bisschen in die Richtung, dass es nicht so lange haltbar ist. Vielleicht sollte man die nicht so lange stehen lassen. Ja, und dann hat sie sich hier dieses mitgenommen. Sie sagte nämlich, dass sie damit total gut putzen konnte letztens. Und auch so Flecken abgekriegt hat, die einfach auch so Klebefilme und sowas halt. Wobei ich da persönlich lieber, da ist mein anderes, ein zweiphasiges benutze. Das Garnier-Mizellenreinigungswasser für empfindliche Haut. Genau, ich hatte das auch schon mal. Ist auch ganz nett. Brennt mir minimal in den Augen leider, aber ist nicht so schlimm. Ansonsten wirklich ein ganz gutes Produkt. Muss ich aber persönlich nicht haben. Aber wenn es bei ihr zum Putzen funktioniert, zum Putzen würde ich es auch kaufen. Also so ist es nicht. Genau, dann hatten die da, ich habe jetzt das Buch leider gerade nicht mehr hier. Wir hatten in der Kinderabteilung eine Aktion, dass wenn man zwei Pinaten Produkte kauft, aber das war schon ziemlich abgegrast bei uns. Kann sein, dass es das bei euch sowieso nicht mehr gibt. Aber wenn man zwei Produkte von Pinaten kauft, dann kriegt man so ein kleines Buch dazu. Und das wollte ich unbedingt haben. Und genau, ich habe deswegen dann einen Artikel mitgenommen, den ich sowieso immer benutze. Den brauche ich im Sommer einfach gerne hier für diesen Bereich. Und überall anders, wo man das halt nicht so schwitzig haben möchte oder keine Reibung haben möchte. Egal, auf jeden Fall stehe ich total auf Puder. Und ich sage euch jedes Mal, hier sind glaube ich nur zwei oder drei Inhaltsstoffe drin. Teig und Parfüm. Und in den günstigen sind, also da ist die immer so lang, die Inhaltsstoffliste. Ich bin ja jetzt nicht so mega gebildet, was das da angeht. Aber ja, jedenfalls habe ich das dann mitgenommen. Und ohne jetzt großartig nachzudenken, ich hatte allerdings auch eh das letzte Buch genommen, habe ich dann die hier nochmal mitgenommen, weil ich die ganz gerne immer mal so für Wunden da habe. Oder für, weiß nicht, wenn ich mal einen Pickel kriege oder so, dann mache ich die da immer rauf. Ich glaube, da ist auch ganz schön viel Zink drin. Und das ist ja einfach so ein Klassiker. Und ich habe zwar noch eine da, aber die habe ich schon, die ist schon ganz schön lange auf. Ich sollte die mal erneuern. Die ist wirklich richtig lange schon auf, aber da ist auch nicht mehr viel drin. So, das war es, was Körperpflege angeht. Jetzt habe ich hier nochmal kurz Essen. Und danach machen wir Haushalt und Babyartikel. Genau. Hier habe ich einmal, und die fand ich total süß. Und das ist von Fruchtbar. Ach Gottchen, hab dich lieb, steht sogar drauf. Das sind die Bio-Herznudeln mit Karotte und rote Beete. Und ich weiß nicht, die haben mich total angelacht. Deswegen wollte ich die unbedingt gerne mal mitnehmen und zum Essen machen. Und ich finde das ganz gut. Ich weiß nicht, vielleicht geht das euch auch so. Ich finde so, bunte Pasta ist so ein Teil meiner Kindheit. Und ich habe das auch geliebt, das zu essen. Ich habe das für meinen Sohn auch total gerne gekauft. Aber der mag zum Beispiel nicht so gerne die roten und nicht so gerne die grünen. Weil die anders schmecken als die weißen. Und ich persönlich habe das auch früher immer schon lieber dann gegessen. Also, dass wenn wir diesen Teller hatten, dann habe ich immer lieber die farblosen quasi, die Nudeln gegessen. Weil die am feinsten waren irgendwie. Auf jeden Fall kann ich schon verstehen, dass man das dann da nicht so mag. Aber irgendwie ist es ein Teil der Kindheit. Deswegen dachte ich, hier ist das jetzt nicht so extrem ausgeprägt. Vielleicht geht das damit ja gut. Genau, dann hat meine Mama sich zwei Maricola mitgenommen. Die Schweizer Alpenkräuter, Honigalben. Was erzähle ich heute schon wieder? Ich muss nicht immer meine Sprachfehler betonen. Ihr kennt mich nicht anders als mit einem riesigen Sprachproblem. So. Hier, die hat meine Mama mitgenommen. Zweimal. Danach sollte ich auch schon ein paar Mal gucken. Ich wusste allerdings nicht, dass die so aussehen. Ich habe immer nach einer anderen Tüte gesucht. Jetzt hat sie dir also selber mitnehmen können. Übrigens wollten wir auch noch ein paar andere Sachen kaufen. Die waren aber alle nicht da. Wir wollten so ein Ray-Zeug für meinen Bruder kaufen. Wir wollten so glutenfreie Laugenbrezelsnacks. So eine kleine Kügelchen. Hatte ich auch schon mal mega lecker. Wollte meine Mama sich mitnehmen. Stand auch, dass elf Stück vorrätig waren. Aber unsere Angestellten bei DM sind leider nicht alle so freundlich. Also ein paar dazwischen schon. Aber meistens sind die nicht da, wenn wir kommen. Man mag die einfach nicht ansprechen. Die sind leider so, dass man sie nicht ansprechen möchte. Ich habe sonst kein Problem damit, Leute anzusprechen. Ich glaube, sie hasst mich auch, weil ich sie immer schnerfe wegen dem Adventskalender. Na gut. Ja, das hat meine Mama noch mitgenommen. Die Teekanne You're My Berry Organic Fruit. Also das ist ein Früchtetee. Hier steht es nochmal mit Himbeere und Cranberry. Und ja, darauf freut sie sich auch schon sehr. Ich finde es übrigens immer ganz lieb, dass sie mir ihre Sachen immer so zur Verfügung stellt, damit ich euch die zeigen kann. Weil sie die dann meistens erst später, einen Tag später eben wiederbekommen. Ich glaube, ich habe gerade schon wieder einen falschen Satz irgendwie zusammengeschustet. Sorry. Ich hole jetzt mal kurz den Beutel mit den Babyartikeln. Das ist nämlich ganz schön viel. So, also wir haben hier einmal, oh ja, das habe ich mir mitgenommen. Es tut mir leid, ich esse das manchmal einfach zu gerne. Und ja, ich habe hier von mir von HIP den Bio-Milchbrei-Kindergrieß mitgenommen. Ich esse das manchmal einfach so gerne zum Frühstück oder auch mal zwischendurch. Nicht zu viel. Ich habe das Gefühl, das setzt irgendwie ganz schön an. Wahrscheinlich tut es das. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das manchmal so lecker. Wir haben das halt früher auch schon noch gegessen, als wir schon ältere Kinder waren, weil das einfach immer so ein leckerer Snack war. Und früher war das auch so, das ist hier tatsächlich auch so, dass hier auch Vitamine zugefügt sind. Ob die nun bei uns Erwachsenen so viel ausmachen oder nicht. Aber ich denke, besser als gar nichts. Ja, Vitamin A, D, E, C, B. Ich könnte euch hier noch weiter. Linolensäure, Omega-3, Eisen, Calcium, alles Mögliche ist drin. Und ja, das habe ich mir jedenfalls mitgenommen. Da gab es auch noch einen mit, das war Grieß-Banane, glaube ich. Oh, den hätte ich auch gerne mitgenommen. So ein Ding kostet auch drei, vier Euro irgendwie. Und ja, ich wollte es jetzt nicht übertreiben, weil ich ja sonst immer überall übertreibe. Genau, dann haben wir noch für meine Schwester und ihr Baby diese Löffel hier mitgenommen. Es ist noch ein bisschen früh, aber wir wollten einfach schon mal hören, das holen. Wir wollten sie holen. Hä, bin ich blöd? Ja, irgendwie schon. Wärme, Sensor, Löffel, Soft. Und ich glaube, ich hatte die früher auch, als meiner noch so klein war. Ja, genau, das sind halt einfach solche Löffel und die haben hier vorne so einen Sensor. Ich weiß leider gar nicht mehr so genau, wie das funktioniert. Aber irgendwie zeigen sie dir an, wenn diese Spitze hier so weiß wird. Genau, dann ist es zu heiß. Sorry, sorry, ich bin einfach nicht mehr so im Thema. Genau, dann brauchte sie Wickelunterlagen. Da haben wir die genommen. Die waren aber auch nur einmal da. Die haben da auch noch irgendwie solche Öko-Dinger. Die kosten Euro mehr. Aber die hatte ich noch nicht in der Hand. Keine Ahnung. So. Dann haben wir hier noch einen Abendbrei. Okay, das ist auch alles für später. Das dauert noch alles ein bisschen. Keks-Banane. Die sind natürlich auch alle dementsprechend noch halb. Und wenn den da keiner isst, dann esse ich das sehr, sehr gerne. Hier Keks-Banane ist das ein Abendbrei. Total lecker von Baby Vita. Dann haben wir hier noch von Baby Vita den Milchbrei-Früchte. Das war nicht immer so sehr mein Favorite, muss ich sagen. Aber bevor ich gar nichts habe, esse ich auch den. Genau. Und dann habe ich hier, das hatte ich glaube, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall hatte DM es früher nicht als meiner noch klein war. Holle Bio Vollkorngetreidebrei. Grieß Simule. Ich weiß nicht, wir sind einfach, das essen die aneinander. Zu Hause auch, die Erwachsenen. Das durfte ein bisschen mit. Und dann hat meine Mama hier nochmal was mitgenommen. Das ist nicht alles für meine Schwester, aber zum Teil. Und zum Teil eben auch für meine Mutter, weil sie das selber benutzen möchte. Zum Beispiel hier die Baby-Nagelschere. Die benutzt sie ganz gerne mal für Handarbeitssachen. Und die hatten wir schon mal gekauft. Die fand sie ganz gut. Und deswegen durfte die dann auch nochmal mit. Oh mein Gott. Die ist nochmal von Baby Love ein Zahnpflege-Lernset. Das fand sie irgendwie interessant. Wollte sie einfach mitnehmen. Wir sind da halt einfach auch so, wir schleppen dann alles Mögliche mit. Und verschenken das dann. Und hoffen, dass die anderen sich freuen. Und wenn nicht, dann tut es mir auch sehr leid. So, dann haben wir hier einen 2-in-1-Beißring von Baby Love. So ähnlich an früher auch auf jeden Fall. Den kann man ja in den Kühlschrank packen und dann eben geben, wenn die Zahn. Und dann haben wir hier noch einen Baby Love Badethermometer. Ich glaube, da gab es noch, war das ein Pinguin oder was? Irgendwas anderes Dunkles gab es auch noch. Aber der Frosch war irgendwie ein bisschen freundlicher. Das hat meine Mutter sich mitgenommen, weil meine Schwester schon eins hat. Aber ja, sie fand das halt süß und kann das eben auch manchmal gebrauchen. Und dann sagte sie mir mal wieder, dass sie einen Kühlschrankthermometer braucht, was sie bestimmt schon seit 2-3 Monaten kaufen möchte. Ja, dann hat meine Mutter hier noch einmal, sie hat das einfach mitgenommen von Alana. Das ist ja so ein bisschen, ja, eine sehr natürliche Marke, die DM hat. Finde ich aber auch gut, dass sie das haben. Ich habe früher auch ab und an mal Sachen davon gekauft, nicht immer. Aber manche Sachen sind da halt schon gut und manche sind sehr, sehr naturbelassen. Das muss man mögen. Das ist mir manchmal ein bisschen zu derbe, aber die haben wirklich schöne Bodys zum Beispiel. Das ist jedenfalls eine Packung Mollwinnel aus 100% Baumwolle. Das ist natürlich Bio-Baumwolle. So, die Farbe, da lässt sich drüber streiten. Aber ja, einfach mal testweise mitgenommen. So was braucht man ja irgendwie auch immer, wenn man ein Kind hat. Gut, wir gehen jetzt zu den Putzmitteln über. Da ist auch richtig, richtig, richtig viel schon wieder mitgekommen. Eine Ewigkeit später. So, wie gesagt, das geht jetzt mit Haushalt weiter. Das ist so viel echt. Also ich habe hier jetzt erst mal, eine ist schon weg, die haben wir schon verschenkt. Und ich habe einfach ein paar mehr mitgenommen. Das sind ja gute Besserungskarten quasi. Die eine haben wir schon verschenkt, deswegen hatte ich die überhaupt nur eingepackt. Und ja genau, also ein Freund von meinem Sohn ist krank und da wollten wir halt eine Karte hinbringen. Und da hatten wir die hier ausgesucht. Und mein Sohn ist meistens so, dass wenn da süße Tierchen drauf sind, dass er die dann, der sammelt das dann auch. Deswegen nehme ich die meisten Sachen immer zweimal mit. Hat er ihnen jetzt die hier ausgesucht oder er hätte dann noch die aussuchen können für seinen Freund. Und er hat dann eben die Frosch, die mit dem Frosch ausgesucht. Und die habe ich dann eben vorsichtshalber auch nochmal zweimal mitgenommen. Aber sowas kann man ja immer mal verschenken, weil krank werden ja leider alle mal irgendwie. Und dann kann man sowas verschenken, weil das ist nicht viel. Die können sich davon auch nichts kaufen. Aber ich finde es immer ganz nett irgendwie. Und ich finde, das gehört auch ein bisschen zur alten Schule und sowas. Möchte ich natürlich auch weitergeben, weil ich das selber toll finde. Ist das alte Schule überhaupt das richtige Wort? Oder der richtige Satz, die richtige Bezeichnung? Auf jeden Fall finde ich Manieren immer noch ziemlich gut. Ja, dann hat meine Mama und auch ich, wir haben uns hier nochmal, wir sind beide total überzeugt für diesen Finish Ultimate All-in-One Powerboards. Das sind ja diese, die in der Folie quasi, keine Tabs. Ich hatte die halt mal ausprobiert und dachte so, ach ja, einfach nur mal gucken, wie es so ist. Aber ich hatte jetzt eigentlich nicht vor, dabei zu bleiben, weil die nicht gerade günstig sind. Aber die machen echt leider so eine gute Arbeit, dass ich dabei bleiben möchte. Und ich hatte letztens meiner Mama drei, vier rübergegeben, dass sie es mal probiert, weil die mit ihr nicht so zufrieden war. Und ja, die hatten da auch noch irgendwie eine andere Tüte mit Quantum. Die wollte ich erst mitnehmen. Da waren vier oder fünf mehr drin für den gleichen Preis. Aber keine Ahnung, ich hatte dann ein bisschen. Naja, es hat jetzt 8,95 Euro gekostet. Das ist einfach viel Geld. Aber wir kommen damit dann auch wirklich, wirklich lange hin. Fast zwei Monate, ein bisschen länger sogar. Genau, also wie gesagt, meine Mama hat das dann auch einmal mitgenommen. Dann brauchte meine Mama, da hat sie mich dann quasi auch daran erinnert. Ich hatte nämlich keinen dann Chlorix mehr und den musste sie eben auch besorgen. Deswegen haben wir dann beide eine Flasche mitgenommen. Wir nehmen das halt mal zum Putzen, wenn es ganz extrem ist. Oder auch für Wäsche, wenn die nochmal irgendwie besonders gewaschen werden müsste. Also Handtücher zum Beispiel manchmal. Oder auch wenn Sachen wieder weiß gemacht werden müssen, ein bisschen aufgehellt quasi. Dann benutzen wir das. Letztes Mal, als ich das erzählt hatte, da wurde ich nach der Dosierung gefragt. Das mache ich leider immer nur Pi mal Daumen. Und auch je nachdem, was halt drin ist, wie viel und so weiter. Also da habe ich leider nicht so eine richtige Mengenangabe. Aber dafür benutzen wir das jedenfalls. Das hat meine Mama mir auch so beigebracht. Also ist das richtig, klar? Dann war hier nochmal, habe ich zweimal mitgenommen. Der Denkmit-Hygienespüler, der war mir leergegangen tatsächlich. Normalerweise bestelle ich den eigentlich immer lieber, weil ich zu faul bin, das rumzuschleppen. Aber ich hatte jetzt halt keinen mehr und in letzter Zeit vergesse ich solche Kleinigkeiten ständig irgendwie, weil ich es mir dann nicht aufschreibe und dann ist es einfach raus aus dem Kopf. Es tut mir leid. So, dann hat meine Mutter sich hier 10 Liter, das sind Kosmetikmüllbeutel, glaube ich, hat sie sich mitgenommen. Ich habe letztens erst einen Müllbeutel eingekauft, zum Glück. Dann haben wir beide die hier mitgenommen. Dann gab es einen kleinen Mini-Aufsteller mit Limited Edition Eizweckreinigungstüchern. Genau, sie hat zweimal Lavendel mitgenommen. Ich habe mir einmal Lavendelduft mitgenommen. Ich mag ja eigentlich Lavendel nicht so gerne, aber ich wollte ihm eine Chance geben. So, und als zweite Sorte aus der limitierten Duftedition von Denkmüllte Eizweckreinigungstüchern habe ich hier noch den Aloe Vera Duft mitgenommen. Hatte ich auch noch nie. Ich glaube, gab es diese Duftrichtungen schon mal? Ich habe die jedenfalls so noch nicht mitgekriegt, aber ich bin da auch nicht so erfahren, was das angeht mit diesen Limited Editions. Ja, so, meine Wäschenetze, die sind alle verschollen. Und deswegen habe ich mir zwei neue mitgenommen. Ich benutze die halt gerne für Make-up-Schwämme, damit die nicht innerhalb der Trommel irgendwie flöten gehen und dann im Sieb landen und verstopfen oder so. Und dann benutze ich die noch gerne für BHs oder auch für besondere Oberteile, wo zum Beispiel Spitze dran ist. Oder letztens hatte ich ganz filigrane Träger an was dran. Dann packe ich das ganz gerne hier rein, damit das einfach nicht überall sich so festhält. Tatsächlich sollte man auch kurze Hosen oder überhaupt Hosen, die so ein Zugband haben und dann so ein Metallteil da dran. Das verhackt sich so gerne in der Trommel, in diesen Löchern oder auch im Trockner. Das ist so gemein. Und naja, vielleicht, aber im Trockner ist das vielleicht auch büt in so einem Netz, ne? Ach, keine Ahnung. Das ist dann auch schwierig, ne? So, dann hat meine Mama hier Luftballons mitgenommen. Einfach für den Kleinen von meiner Schwester. Der guckt sowas nämlich echt super gerne an. Wir hatten ja hier vom Geburtstag auch ganz viele Ballons hängen und das hat er sich so gerne angeguckt. Das war so süß. Dann haben wir hier, das habe ich hier letztens gekauft. Die WC-Ente, diese frische Siegel, genau. Dann habe ich hier jetzt was nachgekauft. Das hat mich total angesprochen. Floralmoon heißt das. Also auch so eine limitierte, ich glaube, es ist limitiert. Auf jeden Fall ist das eine besondere Sorte. Und die wollte ich auf jeden Fall gerne ausprobieren. Deswegen habe ich die mitgenommen und werde die bald einmal benutzen endlich. Ja, und dann hier. Meine Mama, die wollte einen Reiniger für ihr Glaskeramikfeld haben. Sie hatte erst den von Denk mit in der Hand. Da hat sie noch ein paar mal hin und her getauscht, weil sie sich nicht sicher war. Sie hat sich jetzt aber von Dr. Beckmann den hier ausgesucht, den Glaskeramikputzstein. Genau, das ist der. Da ist, glaube ich, auch ein Schwamm mit drin, hatte ich, meine ich. Ja, genau, da ist ein Schwamm mit drin. Das finde ich immer richtig gut. Ich hatte das noch nicht, aber das sieht gut aus auf jeden Fall. Ich hätte mir den auch mitgenommen, aber wir haben ein Induktionsfeld und da brennt zum Glück nicht weiter irgendwie was fest. Das ist ganz schön. Was ich mir aber mitgenommen habe und den hat meine Mama sich auch nochmal mitgenommen. Ich glaube, den ersten Putzstein hatten wir, da war ich noch jugendlich, also 13, 14, 15, hatten wir damals bei Aldi eingekauft. Und ich habe dann, ich fand das so total satisfying, irgendwie da mit dem ganzen Schmutz irgendwie auch von Türrahmen und so weiter runterzuholen. Das ist ja so ein bisschen wie Scheuermilch, irgendwie so ein bisschen, aber irgendwie noch ein bisschen anders. Und den von Dr. Beckmann hatte ich aber nicht. Ich hatte, glaube mir, 2010 zuletzt einen bei Lidl gekauft, zwischendurch mal weggeschmissen, weil der einfach dann, die werden ja irgendwann auch mal eklig. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt den von Dr. Beckmann gegönnt. Hier ist auch ein Schwamm oben mit drin. Das ist so ein bisschen wie so ein Insektenschwamm meistens, um den halt aufzuschäumen. Das ist total cool. Und dann kriegt man damit halt einfach so hartnäckige Sachen weg. Wir haben jetzt ja hier im neuen Haus noch nicht so viel Dreck, der nicht wieder weggeht. Aber Kaffeeflecken auf Edelstahl zum Beispiel finde ich manchmal schwierig allgemein. Die Edelstahlspüle finde ich manchmal. Ich habe da auch Reiniger für und so, aber es funktioniert nicht immer so mega gut. Und ich hatte in Erinnerung, dass das das so gut gemacht hat. Nicht für alles benutzen. Bitte immer unbedingt irgendwo so ein bisschen ganz vorsichtig antesten, weil es halt so ein bisschen, also jedenfalls die anderen, die ich hatte, die hatten immer so Putzkörperchen. Das hier ist jetzt mit Mikrofeiner Aktivkohle zum Beispiel. Und natürlich greift das auch manche Materialien an, deswegen bitte nicht überall, aber es macht echt richtig viel weg, wenn es hartnäckiger ist, ne? Genau. Mensch. Dann haben wir es ja gleich schon. Ich dachte nämlich, wir labern hier heute viel, viel länger. Aber es ist ja wahrscheinlich, naja, gerade kurz ist es jetzt auch nicht. Was meine Mama noch mitgenommen hat, ist was für ihre Hunde. Und zwar hat sie hier von ein paar Packungen mitgenommen. Die Knabberwürstchen mit Rind und Truthahn. Ich glaube, die nimmt sie auch jedes Mal mit. Oder waren es noch andere? Ich bringe hier irgendwelche auch ständig irgendwie mit. Ich glaube, für 79 Cent oder so. Und ich meine, aber die sind nur mit Huhn. Ja, die hat sie jedenfalls mitgenommen. Und dann hatte sie noch zwei Packungen von Frohlik unterwegs mitgenommen. Mit Rind ohne künstliche Aromastoffe. Das sind dann die hier. Genau. Oh Mann, so ein riesiger Einkauf, Jungs und Mädels. Was habe ich jetzt alles? Ja, ich glaube. Wir waren auch noch bei Müller, da haben wir aber nicht so viel gefunden. Hm, haben wir nicht. Na gut. Ich danke euch fürs Zugucken. Das hat mir wieder super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ich hoffe, meine Mama ist bald auch wieder mit dabei. Jetzt bringe ich ja erstmal ihre Sachen wieder, damit sie auch was davon hat. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. So, geht das jetzt mal los hier? Geht das alles so? Hoffen wir es. Und? Das war mein Mikrofon und das war ein bisschen dicht an meinen Haaren. Dieses Rumgezupfer in irgendwelchen Klamotten. Ich hasse das. Das ist ein ganz schön langes Video. Nimmst du da noch auf? Ja, das ist fein. Nein, wo ist meiner? Da. Äh. Ich glaube, ich muss mal kurz die Aufnahme beenden. Moment. Das erzähle ich heute schon wieder. Ich muss nicht immer meine Sprachfehler betonen. Ihr kennt mich nicht anders als mit einem riesigen Sprachproblem. So. Es interessiert niemanden, von wem die sind. Von wo die sind. Ach Gott, ey. Aber das ist nicht cool. Foundation. Nein. Ich leg mich doch am Arsch, Mann. Ihr müsst hier schon was mit mir aushalten. Ich habe mich doch am Arsch, Mann.